Weiter anhaltende Korrektur beim Bitcoin-Kurs, was wir jetzt vom Chart in den nächsten Stunden erwarten können. Das Ganze wollen wir uns jetzt heute gemeinsam in diesem Video anschauen. Mein Name ist Timo und ich update euch jetzt umfangreich zum Bitcoin-Kurs. Dafür werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Chart-Pattern, Chart-Indikatoren, Exchange-Staaten, Liquidation-Level-Seedmap, Spot-ETF-Flows und vieles mehr. Wenn es euch am Ende gefallen hat, gerne mal dem Video einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr nichts mehr in Zukunft und wir starten einmal rein mit einem schnellen Blick in die Charts. Heute knapp minus 2,1% und wir sehen, Bitcoin ist dabei ein neues Lower Low zu formen bzw. kurz davor unter unseren letzten Low-Punkt bei den 54.000 Dollar zu fallen. Klar, das sind noch einige Punkte. Bis dahin sollten wir aber jetzt aus dieser Top-Konsolidierung wirklich nachhaltig nach unten in Ausbruch brechen. Gerade auf dem Weekly-Timeframe zeigt sich das Ganze nochmal sehr schön. Dann wird es natürlich nochmal kritisch für Bitcoin, könnte sich aber natürlich hier auch anbieten, nochmals schön nachzukaufen zu günstigen Kursen. Schön zu sehen, gerade wenn wir uns den Support auf dem Weekly-Timeframe anschauen. Hier einmal diese Zone 53.000 bis ca. 50.000 Dollar und natürlich weiterhin intakt dieses große Broadening Wedge auf dem Weekly-Timeframe, wo jetzt natürlich ein Retest der unteren Linie bedeuten würde, dass wir auch nochmal hier unsere Support-Box retesten. Das ganz kurz einmal dazu, jetzt aber wichtig. Warum sollten wir denn aus dieser Top-Konsolidierung abverkauft werden? Natürlich, ganz klar, wir haben jetzt über Wochen, wenn nicht sogar über Monate, immer wieder Lower Highs gesehen, während wir natürlich auch Lower Lows gesehen haben. Das ist ein ganz, ganz klares Anzeichen dafür, dass wir aktuell nicht genug bullisches Momentum im Markt haben, um wirklich nachhaltig neue All-Time-Highs zu formen. Hier auch nochmal sehr schön zu erkennen. Wir sehen, sollte der Bitcoin-Kurs jetzt hier unter die 55.900 Dollar fallen mit der aktuellen Weekly-Candle und natürlich auch darunter schließen, dann haben wir dieses Lower Low und damit natürlich auch ein Fortsetzen dieses aktuellen abfallenden Downtrends. Was ist jetzt aber wichtig? Das Ganze zeigt sich gerade auf dem kleineren Timeframe, auf dem Daily-Timeframe. Schauen wir einmal ganz kurz rein. Wir haben ja weiterhin das Breakout aus diesem Rising-Wedge, bedeutet hier ist das Price-Target 54.000 Dollar, damit wäre es Ende der Woche gegen Sonntag ein neues Lower Low. Gleichzeitig haben wir auch die Rejection von dieser großen Volumenzone auf dem Daily-Timeframe gesehen. Auch relevant für mich. FIP-Level, werfen wir mal einen Blick drauf. Wir sind jetzt wirklich über Tage seit dem 27. August durchgängig zwischen 0,5er und 0,382er-Level konsolidiert. Jetzt das Breakout unter das 0,382er-Level bedeutet, wir wurden wirklich nachhaltig vom 0,5er-Level rejected. Hier ist also aktuell wirklich einiges an Widerstand unter uns, was uns natürlich niedrig hält. Relevant auch für mich diese Bodenbildung, sage ich mal. Hier sehr schön zu erkennen auf dem Daily-Timeframe. Die wurde jetzt auch von uns nach unten hin durchbrochen. Also ein weiterer wichtiger Support, den wir in den letzten Tagen erhalten haben, wurde jetzt durch den Bitcoin-Kurs gecrossed. Dazu einmal ein Blick auf die Exchange-Staaten. Hier sehr schön zu sehen. Was haben wir aktuell? Gestern zum einen, schön zu erkennen, Kurssturz auf zwischenzeitlich, ja, Low-Punkt waren 55.600, aber natürlich auch wieder negative Funding-Rates. Die Funding-Rates sind inzwischen wieder positiv. Wir sehen aber nur ein ganz leicht steigendes Open-Interest und sogar eher einen abfallenden CVD-Spot. Was ist die Interpretation daraus? Spot verkauft weiter ab, während wir natürlich den Versuch von Tradern sehen, jetzt hier eben den Boden zu catchen und neue Long-Positionen zu eröffnen. Das Ganze stellt eine Gefahr dar. Warum? Dafür einen Blick in die Liquidation-Level-Seat-Map. Hier sehr schön zu erkennen, gerade dieser Bereich 56.300 Dollar. Hier liegt nochmal einiges an Liquidity auf der 24-Stunden-Liquidation-Level-Seat-Map. Was würde das für uns bedeuten? Zeigt sich gerade auf dem kleineren Time-Frame. Aktuell hier sehr schön zu erkennen, dieser Downtrend, den wir weiterhin halten. Hier würde natürlich ein Drop auf die 56.000 Dollar nochmal weitere Liquidationen auslösen und bedeuten, dass wir nochmal den unteren Rand dieses Downtrend-Kanals retesten. Dazu sehen wir auch aktuell beispielsweise jetzt hier am 3. September fast 300 Millionen Dollar an Outflows. Gestern, 4. September fast 40 Millionen Dollar an Outflows. Also gerade in dieser Woche von der Wall Street wieder größere Abverkäufe, die natürlich den Bitcoin-Kurs auch nach unten drücken. Für uns daher natürlich eine ganz klare Gefahr, dass sich jetzt dieses bearish-Szenario ausspielt, was ich gerade eben erwähnt habe. Was muss aber jetzt passieren? Dass wir, sage ich mal, dieses bearish-Szenario invalidieren. Dafür ganz, ganz klar, wir müssen es schaffen, erstmal hier aus diesem Downtrend auf dem One-Award-Time auszubrechen. Bedeutet 58.500 Dollar. Dementsprechend, auch ganz, ganz wichtig, auf dem Daily-Time-Frame, dass wir endlich mal dieses 0,5er-FIP-Level, was wir hier sehen, im Bereich der ca. 59.600 Dollar durchbrechen und natürlich diese Bodenbildung hier weiterhin halten. Bedeutet, Stand jetzt ist noch nichts verloren. Wir könnten heute noch eventuell den Close gerade hier über dieser Bodenbildung jetzt seit Anfang August sehen. Dafür muss die Day-Kerze aber noch aufgekauft werden. Sonst sind wir jetzt gerade aktiv dabei, hier auszubrechen. Also ihr seht, es sieht sehr bearish aus. Natürlich besteht weiterhin die Chance, dass wir noch einen Pump sehen. Dafür müssen aber wirklich gerade nach oben hin ganz, ganz wichtige Kurs-Level gebrochen werden. Gerade die 58.000 Dollar sind hier ein ganz, ganz wichtiges Level. Und wir wollen natürlich einen Anstieg des CVD-Spots sehen. Bedeutet, wir wollen nicht unglaublich heiß gelaufene Funding-Rates sehen, wie hier beispielsweise jetzt gestern, beziehungsweise am 3. September. Sehr, sehr hohe Funding-Rates, währenddessen aber ein ganz klarer abfallender Trend im CVD-Spot. Das Ganze löst dann immer diese Kursstürze aus, wenn eben große Positionen liquidiert werden, viel Open Interest aus dem Markt gespült wird. Und das ist natürlich immer eine sehr, sehr gefährliche Situation. Bedeutet, bevor CVD-Spot sowie natürlich auch in dieser Situation das Open Interest nicht nachhaltig ansteigen und wir wieder Pumps sehen, dazu natürlich auch ganz, ganz wichtig, wir wollen wieder ein grünes Volumen sehen, wenn wir hier einmal ganz kurz in das Volumen reinschauen. Aktuell gerade auch sehr schön auf dem Daily-Time-Frame zu erkennen, wir haben nicht wirklich ansteigendes Volumen, wie wir es jetzt hier beispielsweise noch im März gesehen haben, wo wir auch die All-Time-Himes geformt haben, sondern wir haben eher bearisches Volumen. Jetzt, gestern mal wieder einiges an Volumen im Markt, aber nicht ausreichend, um wirklich den Kurs pumpen zu lassen. Und das sind jetzt eben ganz, ganz wichtige Indikationen, auf die ich achte, bevor wir hier wirklich von einer Recovery sprechen. Ansonsten natürlich die Preis-Level, habe ich euch gerade eben genannt, 50.000 bis 53.000 Dollar, unser Target erstmal, sollte es hier zu einem Breakout kommen. Das war es jetzt soweit zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne mir ganz mal einen Daumen nach oben dalassen, den Kanal abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Das war es so weit von mir. Ciao. Ciao.